Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich so ein Siegel auf einen Brief selber machen kannst, damit du zum Beispiel Einladungskarten für eine Hochzeit um einiges schöner ausschauen lassen kannst. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal brauchen wir hierfür einen Siegelstempel, der schaut in etwa so aus, und spezielles Siegelwachs. Bei mir ist das jetzt Wachs mit einem Docht hier innen drin, gibt es aber auch noch in anderen Variationen. Als Beispiel möchte ich ein Briefsiegel hier oben auf meinen Briefumschlag draufbringen. Schaut natürlich nochmal cooler aus, wenn der Briefumschlag hier so einen Verschluss hat. Den habe ich jetzt leider aber nicht da. Und zum Schutz von dem Untergrund tue ich auch noch einfach ein Blatt Papier drunterlegen. Ich halte mein Siegelwachs jetzt nochmal so leicht schräg nach oben, zünde hier vorne den Docht an. Das ist jetzt auch schon geschehen. Und dann ist ganz wichtig, ich nehme es jetzt nochmal andersrum für die Kamera, ist besser so, dass die Flamme auf gar keinen Fall direkt an das Wachs hinkommt. Hierfür am besten auch immer das Siegelwachs hier leicht drehen. Hat wirklich den Sinn, dass die Flamme von dem Wachs abgehalten wird und alles gleichmäßig erwärmt wird. Denn wenn die Flamme direkt an das Wachs hinkommt, tropft es zwar sofort runter, das Problem ist jedoch, dass hier relativ viel Ruß mit drin ist. Das bedeutet, wir haben dann kein rotes Wachs mehr, sondern so etwas schwarz mit drin, was natürlich auch nicht schön ausschaut. Deswegen hier lieber etwas Zeit lassen, gleichmäßig drehen und sobald es zum Tropfen anfängt, ist es auch gut so. Das mache ich jetzt mal eine Zeit lang. Wie viel Wachs jetzt auf den Brief draufkommt, da braucht man noch etwas Gefühl dafür. Ich kann jedoch sagen, es muss nicht genau die Größe von dem Stempel sein. Bei mir sollte es jetzt zum Beispiel auch schon reichen, deswegen ich mal das schnell auspuste, lege es daneben hin, dass es hier keine Schwierigkeiten gibt. Dann meinen Siegelstempel kurz vorne anhauchen. Hat den Sinn, dass er danach nicht kleben bleibt. Jetzt gebe ich ihn mal auf das Siegelwachs drauf, bewege ihn noch etwas hin und her und dann lasse ich ihn einfach mal noch ungefähr 10 Sekunden stehen, bis der Siegelstempel auf gar keinen Fall mehr an dem Wachs unten kleben kann und dann kann ich diesen auch schon wieder entfernen. Die 10 Sekunden sind in etwa um. Jetzt schaue ich einmal. Jawohl, er löst sich schon. Es bleibt kein Wachs mit dorten und wir können sehen, jetzt haben wir auch schon ein schönes Siegel hier erstellt. Ich denke, du konntest sehen, dass diese Methode hier auf jeden Fall etwas länger dauert. Und wenn du zum Beispiel 50 solche Einladungskarten für eine Hochzeit verschicken möchtest, dauert es einfach zu lange. Aus diesem Grund gibt es noch so eine Art Heißkleepistole, eine Siegelwachspistole mit so einem Wachsstab hier hinten. Und damit geht es auf jeden Fall schneller. Hierfür den Wachsstab einmal von hinten in diese Siegelwachspistole hineingeben. Und dann schalten wir diese einmal an, bis die Pistole hier vorne schön heiß ist. Die Pistole ist hier vorne jetzt heiß genug, erkenne ich daran, da das Wachs vorne schon leicht schmilzt. Und jetzt gebe ich einmal in etwa zwei, ich nenne es mal Drücker hier drauf. Nummer eins, Nummer zwei, das sollte auf jeden Fall schon reichen. Die Pistole lege ich mal auf die Seite schnell. Nochmal Siegelstempel kurz anhauchen, dass es nicht kleben bleibt. Dann erneut etwas drauf rumgereisen und wieder in etwa zehn Sekunden einfach drauf stehen lassen. Wie gesagt, das Ganze hier ist auf jeden Fall Übung und funktioniert beim ersten Mal nicht sofort so, wie man es sich gerne vorstellen würde. Die zehn Sekunden sind in etwa rum. Ich schaue, es bleibt kein Wachs mehr kleben. Wir können sehen, wieder ein schönes Siegel auf einem Brief erstellen, so wie wir es haben möchten. Und damit konntest du hoffentlich auch gut sehen, dass es mit so einer Siegelwachspistole auf jeden Fall um einiges schneller geht. Wir haben nicht das Problem, dass das Wachs vielleicht sogar zum Brennen anfangen könnte und dadurch etwas Ruß mit reinkommt. Und wir können natürlich auch das Wachs um einiges schöner dosieren. Wenn du dir für zu Hause jetzt so einen Siegelstempel hier zulegen möchtest, egal ob schon fertig oder selber designt, so einen Siegelwachs oder vielleicht sogar eine Siegelwachspistole mit diesen speziellen Siegelstäben hier zulegen möchtest, dann kann ich dir wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellungen zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra ein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersiegeln hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020